ich muss ein ohr abdecken sonst ist das komisch okay aber wir können erst mal das spiel starten also leute hallo und herzlich willkommen zu dna do not answer ich habe keine ahnung von dem spiel es ist ja relativ neu ist auch übertrieben kam von ein paar monaten raus ist glaube ich ein horrorspiel so wie das wirkt hier ja ich habe keine ahnung was geht aber wir starten ein soll glaube ich relativ gut sein für das ist ich glaube es gratis ja ist doch wunderbar so ein startner press enter to close this okay collect items was war das gerade ich bin gar nicht klar der escape to und check the inventory korte gesicht also wir sind hier in einem krankenhausschein unser bett wahrscheinlich sind wir irgendwie umgefallen oder so ach so alter ist übel so blurry ist heftig muss man die settings kurz mal ein bisschen runterstellen das ist naja okay also erinnert mich ein bisschen an outlast also ich weiß jetzt nicht ob ich sie mit outlast ähnlichen wesen zu tun haben ganz ehrlich zum glück ging die nicht auf werde keinen bock gehabt also weil ich hier geht es raus wahrscheinlich müssen wir auch gar nicht so leck das ist schlimm wahrscheinlich müssen wir nicht mal groß raus sondern es ist einfach so du bist jetzt hier und ja finde ich mal zu rechten so ich mach mal das spiel noch ein bisschen leiser ist das ist glaube ich so und dann ist alles tut ihr vor dir ja jetzt chill doch alter ja ich weiß nicht ob hier auch ein monster rumläuft wahrscheinlich oder so ich kann auch nicht sprinten ich kann mich hin hocken also die kamera ist manchmal auch echt kann ich mich verstecken hier auch zum glück nicht weil sonst ist ja klar gewesen dass hier irgendwas rumläuft hier rein kommen wir dann überhaupt hin ja jetzt wieso schreit ihr denn so rum warte mal das spiel heißt ja du ja jetzt bin ich hier stuck oder wie oder was hauptsache man kann hier mit der animation sich hier hinter verbacken kann hier auch nicht springt am stand ist das jetzt wirklich kaputt oder wie oder was muss ich jetzt neu starten ganz kurz also ist ja wieder ein geiles game digger oh man ist okay dass die zu dieser tür gehen wir nicht noch mal hier bringen sich die leute auch immer in sowas rein hier ab down rooms up down da liegt irgendwie weil ich mich an der schlauch ja einfach in andere akten reinschauen ist es jetzt inventory ja es ist doch in jedem spiel irgendwie dasselbe und wieso dieses licht können wir das nehmen können wir uns wir gehen hier mal weiter von tür zu tür kommt uns ja hier nichts hinterher ne wir wirklich ein bisschen angst dass da gleich irgendwer so hans franz auf uns zu rennt new memory farm polari ja aber ist ja hier nicht da jetzt ja okay keine ahnung können wir vielleicht am schluss noch so in der diashow oder so anschauen egal wir gehen hier mal weiter ist hier vielleicht irgendwas ja das ist auch kacke ich wieso ist denn auch jede scheiß tür zu ist ja mehr scheiße also falls irgendwas kommt dann weiß ich auch nicht was tun aber wenn irgendwas uns irgendwas fragt dann geben wir keine antwort die opende door approach it and press e das ist jetzt passiert die also die synchron sprecherin die lacht sich auch ein ab also da ist ja gar nichts von angst oder so zum beispiel ohne tür ja da müssen wir da geht es bestimmt auf jetzt so was ist hier ist los kann ich hier mal einen schrank auftun was ich hier ist irgendwie eine radio schau doch jemand fern ist doch jeder ich sehe nichts wo ist ein mobile phone ach so hier können wir irgendwie irgendwie anrufen und ein licht okay aber wir haben eine smartphone aber ich weiß jetzt irgendwie nicht wie das ausgeht ich habe ich das jetzt gemacht ich habe jetzt nicht gemacht und jetzt ist das nicht einfach an also leute ich weiß nicht ob ich mich hier jetzt verbraten kann ich mache jetzt mal ein bisschen progress wenn irgendwas passiert halte ich euch auch im laufenden aber irgendwie ist ja scheiße langweilig hier um zu laufen hätte jetzt wahrscheinlich nicht sagen sollen wir jetzt geht die party ab aber ich halte euch auf dem laufen ich komme nicht mal rein mit meinem scheiß handy hier so vor allem direkt vor der fresse alter bist kippel der ok witzig machen ich würde sagen jetzt sehe ich wieder wasser wird es wieder alles verschwommen wir nehmen erst mal die treppe mein fahrstuhl traue ich dem ganzen das ist doch ist doch schön der wir gehen jetzt mal zu der tür erst mal machen wir uns kurz das ist ja nicht lustig dann sagst du ich soll ich suchen oder finden und dann sprichst du die türen ab digga was soll das oh gott man ist sogar man sieht sogar in den spiegel da ist natürlich toll ich sehe keine aber doch wie beim auge hat sie so eine wunde jetzt war diesen also also jetzt stimmt aber hier die welt bestimmt ganz anders aus weil ich habe ich ein key things jetzt kann ich überall eine passkarte okay irgendwie nicht dumm habe ich irgendwie tast irgendwo ach das ist ja toll wieso ist hier noch licht immer noch nicht weiter naja dann müssen wir wahrscheinlich jetzt zurück wo das licht ausgegangen ist weil es so schön ist wer hat den stuhl hier angeschubst dinge aber gehen wir noch mal zu dem stuhl hier war das ach hier in den raum rein wo ich lage ich war jetzt auch so scheiße jetzt irgendwo irgendwas gesehen und ich weiß nicht was okay wir haben was gefunden also sie hat gerade gesagt irgendwas ist halt da am anderen ende des flurs dass sie gehört hat also im fokus umstellen so weil ich habe nichts gehört aber wir laufen da jetzt halt hin wahrscheinlich dieses kleine mädchen das mit uns verstecken spielen will okay jetzt kommt hier die die info und shift on your keyboard while moving to start running warum sagst du uns das spiel jetzt wohl weil wir gleich rennen müssen ich denke nicht ich mache es einfach nicht das kommt gleich hier ich gehe jetzt ein bisschen nach vorne kommt hier das aus der tür ich weiß auch gar nicht wo sind denn die fluchtwege liga was ist denn jetzt open was vorher nicht open war der dings hier wie hat er das gesehen aus dieser distanz du hast doch wohl selbst gesagt dass es offen ist es ist denn jetzt offen dass sie jetzt mal real talk was ist ja auch nix war der grün was ist denn jetzt aufgegangen sie hatte doch also fokus umstellen so sie hatte doch vorhin gesagt war jetzt open man kann sachen umschmeißen aber das ist safe nicht gut weil hier steht ja man soll respektor patience bin es sein ist possible ich kann das zeug ist ja auch umschieben also so also spiel also also vorhin konnte ich das anschieben jetzt ist es von der seite geht's man kann hier sachen herumschieben aber irgendwie sind ja auch unsichtbar geil da steht hier auch guck mal no battery dinge ja schade darum ich weiß nicht ob das spiel einfach ein bisschen verpackt ist oder ob das einfach was ist das ist das mein charakter oder ist das alles von dem game hier ja hier kann ich auch einfach durchlaufen aber durch die nicht aber durch die schon die auch die wieder nicht da we won't open like hello feeling so mellow fresh about the shower but there's nothing on my schedule mother effa what it do my steed's be the swaggiest fits real clean but my flows be the nastiest i surround we're